Unsere erste Familie der Übungen heißt Strength and Awareness Exercises. Strength and Awareness Exercises kommen vom Krafttraining, vom klassischen Krafttraining, statisch oder dynamisch. Und dann konzentriere ich mich auf die Balance. Die Balance kommt aus dem Stehenden, aus dem Standbein. Das heißt, ich muss das Gewicht gut auf der Fußsohle verteilen, auf den drei Punkten. Und dann ziehe ich meine Kniescheibe nach oben und das Standbein ist angespannt. Du versuchst das Schambein beim Ausatmen nach vorne zu ziehen und die Knie haben möglichst wenig Bewegung dadurch. Du könntest jetzt weiterfahren, sofort mit dem Beinwechsel. Oder du beschließt einfach zu sagen, du gehst nach hinten oder nach vorne mit der Bodyguard-Uhr und gibst so der ganzen Bodyguard-Stunde eine andere Würze.